Stell dich doch mal kurz vor. Der Jampas Karl Planck wurde in München geboren und bin neun Jahre alt. Du hast jetzt hier auf den ersten Blick schon ein Mobil mit Wasserantrieb gebaut. Willst du uns kurz was dazu erzählen? Ja, also eigentlich wollte ich davor ein Auto bauen, ein Raketenauto, aber dann hat meine Mama gelesen, dass man das nicht darf. Und dann habe ich mir das eingefallen lassen mit dem Schaufeln. Okay, du hast ja also ein Beispiel am Schaufelraddampfer auf dem Wasser genommen. Und dann kommt hier oben über den Trichter wahrscheinlich das Wasser rein und dann wird es über das Schaufelrad heruntergeleitet in die Kette. Okay, und hast du es denn zu Hause dann auch schon mal mit Wasser getestet oder durftest du dann damit nur draußen fahren? Ich habe zu Hause auch schon mal mit Wasser getestet. Und wie lange war das Auto unterwegs? Weiß ich nicht, immer unterschiedlich. Okay, dann schauen wir doch mal, was jetzt gleich bei rauskommt und was die Jury zu deinem Wasserantrieb sagt.